Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute ankündigen, dass etwas Großes bevorsteht. Und zwar habe ich weitergemacht mit meinem Vorhaben, euch Streifenquiltmuster zu zeigen. Dazu habe ich dieses gepatchte Topf vorbereitet. Hier seht ihr nur Streifen, ein bisschen angewinkelt, aber im Prinzip nur Streifen mit ihren Ecken dazu eben. Und diese möchte ich in der nächsten Zeit quilten, sodass ihr dann sehen könnt, wie man schöne Randstreifen einer gepatchten Decke quilten kann, ohne dass ich einfach nur gerade Linien im Nahtschatten mache oder keine Ahnung. Ja, ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß. Bleibt dran, ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn es soweit ist, wenn ich mit den Videos angefangen habe, beziehungsweise wenn sie rauskommen. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und wie gesagt, es gibt in der nächsten Zeit acht Videos mit acht unterschiedlichen Kiltmustern. Ich freue mich jetzt schon, der Plan steht nämlich schon. Yay! Dieses jungfreundliche Topf wartet auf mich. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich gehe schnell an die Nähmaschine. Tschüss! Ich wünsche euch einen schönen Tag, ich gehe schnell an die Nähmaschine.